Seht nur, da ist Gary. Er räumt die Stadt auf. Moment, das ist nicht Gary. Und der da auch nicht. Oh nein, das sind böse Klone. Vorsicht, Frank! Sie könnten gefährlich sein. Pass auf! Oh, das war knapp. Wo kam das denn her? Es ist Robo. Schnell, ihr müsst die Klone aufhalten. Natürlich steckt Citron dahinter. Er hat Gary hypnotisiert und stellt böse Klone her. Ihr müsst ihn aufhalten. Ganz genau. Frank, du hilfst Gary. Robo, du versuchst, Citron zu stoppen. Pass auf, Robo. Die Klone kommen auf dich zu. Gut gemacht. Aber Frank ist wohl in Schwierigkeiten. Oh nein, jetzt kommst du nicht zu Gary. Oh nein, Citron hat Frank hypnotisiert. Und die Klone haben Water gefangen. Was wirst du damit anfangen? Super Robo! Volltreffer! Gerade rechtzeitig! Alles okay, Walter? Gut gemacht! Gut gemacht! Jetzt schnapp dir Citron! Pass auf! Du wirst Hilfe brauchen, Robo! Super Idee, Robo! Frank ist wieder der Alte! Jetzt müsst ihr nur noch Gary retten und Citron stoppen! Robo! Frank! Zeit zu fusionieren! Robo! Robo! Frank im Rettungseinsatz! Robo! Schnapp dir die Citronik! Gut gemacht! Die Klone sind weg! Gary ist sicher, aber du musst noch Citron fangen! Oh nein! Knapp vorbei, Robo! So, so! Das war also dein Plan! Car City ist wieder sicher und sauber! Danke, Robo und Frank! Na los, Citron! Zeit, den Müll rauszubringen! Das sind eine Menge Münzen, die du da zum Süßigkeitenladen bringen musst! Werden sie sicher vor Dieben sein? Oh, ich verstehe! Mathilda wird auf den Supertruckzug aufpassen! Los geht's, ihr zwei! Was hast du vor, Citron? Du kannst keine Münzen stehlen, Citron! Mathilda passt auf sie auf! Denk erst gar nicht dran! Mathilda! Citron hat sich auf den Zug teleportiert! Vielleicht sollten wir Robo zur Hilfe holen! Robo! Citron versucht, die Taschen zu stehlen! Du dachtest, es wäre leicht, ha? Ist das alles, was du drauf hast? Er hat sich wieder teleportiert! Hinter dir, Robo! Er wird die Taschen stehlen! Das ist eine klasse Hilfe, Supertruck! Citron kann das Gleichgewicht nicht halten! Gib auf, Citron! Robo, pass auf! Er hat seine Zitronik ausgeholt! Das war knapp! Vorsichtig, Robo! Duck dich, Robo! Oh nein! Er hat dich blind gemacht! Robo! Bist du okay? Der böse Citron wird die Münzen stehlen! Das ist noch nicht das Ende, Citron! Du musst etwas unternehmen! Du kannst ihn nicht entkommen lassen! Genau! Mathilda, willst du mit Robo verschmelzen? Dann los! Viel besser! Mit dem Schild, dem Handschellenbummerang, den Schuhlikensternen und der Polizeisirene! Zeit, Citron zu fangen! Stehen geblieben, Dieb! Klasse gerettet! Jetzt wirf den Handschellenbummerang! Oh nein! Du hast ihn verfehlt! Na klar! Es ist ein Boomerang! Car City ist wieder sicher! Jetzt kann Supertruck-Zug wieder die Münzen transportieren! Oh! Das sind Schokoladenmünzen! Lecker! Wer möchte eine? Das hast du jetzt davon, weil du ein Dieb bist, Citron! Hi Leute! Wer gewinnt? Robo? Na ja, sagen wir unentschieden! Citron, willst du auch Volleyball spielen? Aber dazu brauchst du ein Team! Oh nein! Er hat diese Roboter hypnotisiert! Ihr solltet gut spielen, Leute! Das wird ein hartes Spiel! Sind alle bereit? Und? Los! Der Ball ist im Spiel! Robo-Supertruck schlägt zurück! Der erste Punkt geht an Citrons Team! Der Ball ging nicht ins andere Feld! Unentschieden! Eins zu eins! Oh nein! Der böse Roboter hat Jerry hypnotisiert! Bist du okay, Jerry? Oh nein! Citron hat ihn hypnotisiert! Und Jerry spielt jetzt in ihrem Team! Ihr müsst sie schlagen! Robo ist dran! Oh nein! Noch ein Punkt für Citrons Team! Aber was ist das? Was passiert hier? Ich weiß nicht, was hier los ist, aber technisch gesehen ist das ein Punkt für Citrons Team! Citron gewinnt 2 zu 1! Und schon wieder ein Punkt für Citron! Und so endet die erste Halbzeit! Citrons Team ist 3 zu 1 in Führung! Das ist es nicht wert, Robo! Geh zu deinem Team! Kommt schon, Leute! Ich bin sicher, ihr schlagt sie in der zweiten Halbzeit! Lass den Kopf nicht hängen! Ihr habt eure Geheimwaffe noch nicht benutzt! Na klar! Nicht wahr, Robo? Genau! Die Fusion! Marley, willst du mit Robo verschmelzen, um das Spiel zu gewinnen? Aha! Wuhu! Die zweite Halbzeit des Spiels beginnt! Und Citron hat Aufschlag! Oh nein! Citron und seine Tricks wieder! Punkt für Robo! 3 zu 2! Jetzt beginnt die Aufholjagd! Das Spiel ist vorbei! Robo gewinnt 4 zu 3! Und Robos Team sind die Champions! Geht's dir wieder gut? Citron, sei nicht wütend! Du solltest niemanden hypnotisieren müssen, dass er mit dir spielt! So gewinnst du niemals! Arbeitet ihr an einem neuen Gebäude, Leute? Gute Arbeit, Dane! Es wird nur fertig sein! Was ist los? Oh nein! Citron hat sie riesig und böse gemacht! Sie machen alles kaputt! Hilfe! Sieht so aus, als würde Citron eine Armee erstellen! Du musst ihn aufhalten, Robo! Kommt schon! Holen wir ihn! Du wirst etwas brauchen, um sie abzulenken! Sie folgen jetzt, Edna! Das ist deine Chance, Robo! Das Chaos wird gleich vorüber sein, Citron! Fast geschafft! Ist das Edna? Oh nein! Sie ist gefangen! Sie braucht eine Hilfe, Robo! Oh nein! Die Abrissbirne wird Edna treffen! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Toll gemacht! Lasst uns Edna jetzt befreien! Wo sind sie hin? Sie gehen auf die Stadt zu! Du musst sie aufhalten, bevor sie Car City zerstören! Was für ein Chaos! Oh nein! Sie terrorisieren die Einwohner von Car City! Da ist Citron! Du musst ihn aufhalten! Edna! Robo! Zeit zu fusionieren! Robo-Edna ist hier, um Car City zu retten! sequ perálgo! Du musst zuerst zu Gary und Carry! Hehehehe! Hehehe! Hehehe! Super, Robo! Lass uns jetzt Citron aufhalten! Sag auf Wiedersehen zu deiner Armee! Dieses Chaos ist vorbei! Du hast es geschafft, Robo-Edna! Du hast Car City gerettet! Nicht so schnell, Citron! Endlich ist jeder wieder normal! Gut so, Citron! Beseitige das Chaos, das du verursacht hast! Habt ihr viele Süßigkeiten zu Halloween bekommen, Babys? Das ist super! Aber jetzt müsst ihr nach Hause! Es wird schon dunkel! Wartet! Was ist das? Oh nein! Das ist ein Geist! Lauft! Schnell! Lass die Süßigkeiten dort und holt Hilfe! Gut, dass du in der Nähe bist, Robo! Es gibt eine gruselige Bedrohung in Car City! Du wirst es nicht glauben! Ein Geist treibt sein Unwesen! Und du bist der Einzige, der ihn aufhalten kann! Wo ist der hin? Pass auf, Robo! Gut gemacht! Barry lenkt ihn ab! Jetzt ist die Gelegenheit! Sieht so aus, als bekämpfst du ihn nicht zu fassen! Er läuft weg! Aber zuerst musst du Barry retten! Gary! Bring die Babys in Sicherheit, während Robo den Geist jagt! Was hast du vor, Citron? Oh nein! Du willst jeden erschrecken! Sieht so aus, als wäre Citron doch nicht so furchtlos! Oh oh! Der Geist spielt mit den Laternen und verursacht Blitze! Schau, Robo! Dort muss der Geist sein! Puh! Sieht so aus, als wäre der Geist weg! Jetzt willst du Robos Hilfe, was? Wo ist der hin? Den finden wir nie wieder! Da ist er! Komm schon, Citron! Du und Robo können... Citron? Oh nein! Wer wird dir denn jetzt helfen, Citron? Gary! Also Leute, ich glaube, es gibt nur noch eine Sache, die wir tun können! Robo? Gary? Zeit zum Fusionieren! Fusionieren! Donut! Gut! Passt auf! Hast du das gesehen? Ich glaube, deine Luftkanone wirkt gegen den Geist. Es funktioniert! Mach weiter so! Du hast es geschafft! Du hast ihn besiegt! Jetzt können wir endlich Halloween genießen! Oh, du bist zurück!